Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, heute hier an meiner Seite alle frei und Marvin Andres, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend dir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was hat mich so getrieben? Erzähl mal, ich hab schon deinen Post gelesen, der ging mir so ans Herz mit dem Köln. Leute, es war so ein schöner Tag, als letztes mal in Köln war, dass ihr alle wieder da wart, ein Mensch. Du machst gerade den Ösi, der verboten ist. Stimmt, es tut mir wahnsinnig leid. Das hat mich wirklich sehr berührt, Alter, das war wirklich toll. War die Köln-Show so schön? Das ging ja nicht um die Köln-Show. Du hast es gar nicht gelesen, oder? Doch. Jetzt ging mir mal Hamm, ne? Hä, das war Köln war ausverkauft oder so. Ja, und das ist egal. Guck mal, wer die Quintessenz gar nicht gelesen hat. Die ist nur Köln war ausverkauft. Oh, das ist ein tolles Posting. Das hat mich so berührt, dass Köln ausverkauft war. Es kamen die Tränen, weil Köln ausverkauft war. Es ging null um Köln, Alter. Das sind karte Zeiten. Ging in der Text unten noch weiter. Das war dieses mehr Anzeigen. Ich hab irgendwie mehr Anzeigen gesehen. Ich dachte, es wäre Werbung oder so. Nein, guck. Also, ich hab nur Köln als Ballspiel gebracht. Der Weg ist das Ziel. Irgendwas mit Ballspielen. Irgendwas, ja. Was war das für ein Backspiel. War ne Show wie früher, ja. Backspiel. Auch von der Stimmung. Obwohl die Masken tragen mussten, aber du kennst das ja, du kommst auf die Bühne. Geile Stimmung, ey, wir hatten so viele Kackshows. Ich meine, du konntest ja atmen. Ja, für mich war scheiße. Du konntest ja normal atmen. Für mich war normal, ja. Aber wir wissen ja, wir kommen, die lebt davon, es ist eng, die Leute sind einander. Und das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und Köln war so ne Show wie früher. Ich kam hoch und hab vielleicht gemerkt, okay, egal was ich erzähle, das wird geil, ja. Das war die Show, ja. Und das war Hammer, ja. Und einen Tag später hatte ich Hamm. Und Hamm, die waren eh ein bisschen komisch mit dem Vorverkauf, die hatten das lange gar nicht im Vorverkauf. Dann haben die das irgendwie so einen Monat vorher, dachten die, ah ja, jetzt kommen voll die Leute. Es waren 30 Tickets verkauft. In einem Saal für irgendwie 800 Leute oder so, gefühlt, ja. Und ich war schon den ganzen Tag so, ich hab gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Sind wir ehrlich, kennst du ja, ja. Und ich geh da hin und ich komm auf die Bühne, ist halt willig so, da sitzt einer, da sitzt einer, ganz weit hinten ist einer, alle mit Maske. Und ich so, ey. Und dann zwei Stunden machst du da kommend, ja. Und es war nett. Aber nur nett. Weißt du, es war halt, die haben ein bisschen gegrinst, ja. Habe ich mir zumindest eingeredet und dann was geht. Ja, und ich hab mein Ding gemacht. Aber irgendwie hab ich schon da, die ganze Zeit war in diesem Raum, aber ein gutes Gefühl. Du hast gemerkt, ey, die haben doch Spaß, für das, dass wir 30 Leute sind. Ja, ich meine, ich konnte jeden Einzelnen begrüßen. Und nach dem Spiel machen wir den letzten Gag. Ich verbeuge mich und ich sehe auf einmal, so wie in diesen Hollywood-Filmen, einer steht auf. Da zu klatschen. Noch einer steht auf. Und dann diese 30 Leute stehen auf dem Game of Standing Operation, was total eigentlich bescheuert ist. Und total absurd. Aber das hat mich in dem Moment tatsächlich berührt, weil die haben, die sind nicht aufgestanden, weil das eine geile Show war. Die sind aufgestanden, weil die gesagt haben, hey, cool, dass du das gerade gemacht hast. Cool, dass du dir nichts hast anmerken lassen, dass wir nur 30 sind, weil wir können auch zählen, ja. Das ist richtig. Und wir kennen uns alle persönlich. Genau, das ist richtig geil von dir. Und ey, wir hatten Spaß, danke, dass du das gemacht hast. Und deswegen sind die aufgestanden. Und ich bin da wirklich von der Bühne, ich war bei dir so, ey, hat mich echt berührt. Das hat mich mehr berührt als Köln, weil es einfach eine geile Show war. Köln war Hammer. Aber das andere war für mich so, ah, guck mal, die haben das geschätzt, weil die haben auch gecheckt, ey, das ist ja auch für dich gerade nicht einfach. Und das fand ich geil. Wow. Also diese, das hätte ich mal lieber runtergeklickt, Alter. Der Posting war ganz anders, als du interpretiert hast. Hatte ich mal lieber das Ende gelebt. Oh, ne, mach wieder Geld. Ja, schön. Das hat mich berührt. Finally, Alter. Ich dachte, er hat es geschafft, Tellerwäsche zum Millionär und wieder zurück. Und dann dachte ich, ach, unten kam noch was. Aber jetzt hast du die Story wenigstens erzählt. Ich habe es einfach so, was jetzt war, diese krasse Kontrast, weißt du? Das eine, du denkst, du bist der Geist-Comedian und dann merkst du, nee, vor 30 Leuten ist niemand ein geiler Comedian. Doch, das sind die besten Shows, glaube ich. Ja, weil du eh auf alles scheißt. Bei dir sind, ob da 100 Leute sind, oder einer, für dich ist alles. Oder niemand, egal, mir ist ja gut, egal. Ist doch egal. Das ist wirklich so. Das Leben ist eigentlich nur wichtig, dass eine Kamera läuft, ne? Ich weiß noch einmal, wir sollten die Netflix-Aufzeitung haben und da wäre Corona gerade so Höchstpunkt, ja? Die meinen auch so, ja, wir können nur ganz wenig Leute und Salim die ganze Zeit so, lass einfach ohne Leute. Die stören nur. Die stören mein Timing. Einfach ohne Leute. Wir zählen einfach. Ich bin bei Spätschicht. Und im Nachhinein, wer besser gewinnt ist. Ich bin bei Spätschicht auch. Diese drei Leute, die sich angucken. Ja, du hast es gefeiert. Ich hab's hart gefeiert. Ich so, ey, könnt ihr nicht rausgehen. Kann ich die nicht nachträglich alle rausschicken? Wozu? Diese drei Leichen da, die sich so angucken. Und dann hoffen, dass du ihm ein falsches Wort sagst, damit die noch ein bisschen Entschädigung kriegen, die Bänner. Wie geht's heute? Habt ihr euch was vorgenommen in den neuen Jahren? Boah, ich hab mir vorgenommen, diese neue Hitler-Doku anzugucken. Holy shit, wie viel kriegen die aus diesem Thema raus, Alter, auf Netflix? Ich muss immer gerade sagen, was kommt jetzt noch raus? Komm mal. Wie sind Empfehlungen, Leute? Ihr müsst euch das geben. Ich hab's mir vorgenommen, er hat sich schon dreimal geguckt. Ich hab's sogar runtergeladen. Da kann ich nix als Vorsatz nennen, was du schon gemacht hast. Aber ich muss mir das so als hors d'oeuvre vornehmen. Ich muss dir das wirklich als hors d'oeuvre vornehmen. Ich muss mir das wirklich so vornehmen. Ich muss mir das als hors d'oeuvre vornehmen. Ich muss mir das als hors d'oeuvre. Ich wusste es, irgendwann, ich wusste. Ey, merkt ihr eine Sache. Hitler hat das auf die harte Tour gelernt. Er will nur Kämpfe aus, die du gewinnen kannst. Versuch gar nicht, das hors d'oeuvre auszusprechen. H hors d'oeuvre. Kannst du nicht gewinnen, Alter. Ich weiß, ich hab's schon beim Anlauf gemerkt, das wird nix. Ich hab's am verlorenen Posten. Hier. Der Zweite Weltkrieg, der Weg zum Sieg. Das müsst ihr euch angucken, Alter. Da ist so die Serie, der Weg zum Sieg. Ja, du siehst ja viele Staffeln, das hat zehn Sekunden. Die sind mir die ganze Zeit auch angezeigt, aber ich hab noch nicht aufgeklickt. Da müsst ihr drauf drücken. Und ihr müsst euch der Italien-Feldzug angucken. Ihr merkt, ich hab das zum dritten Mal geguckt. Und das Unternehmen Zitadelle. Ich bin er... Und die Invasion von Afrikas. Aber der Weg zum Sieg, das klingt aber dann so, als wäre es aus Perspektive von den Alliierten, oder? Kommt drauf an, wie man... Weil gewonnen hat ja nicht der Addy, sondern die anderen. Guck mal. Batman the Dark Knight heißt auch Batman the Dark Knight. Aber wer ist der Star? Der Joker. Mhm. Wer hat den Oscar gekriegt? Der Joker. Das heißt, klar kannst du versuchen, das Bild so zu malen. Wer der Held ist, aber wir wissen genau, wer der Held ist. Moment, wer ist denn deine Geschichte der Held? Wer ist der? Warte kurz. Aber ist es jetzt Hitler, Batman oder Joker? Weil so wie es das Gefühl hat beschrieben hat, kann er beides sein, oder? Nein, nein, nein. So wie er es beschrieben hat, weiß ich ganz genau, wer bei ihm der Held ist. Also glaubt mir, die Zuhörer, challengern euch alle. Du guckst wahrscheinlich eh später im Hotel. Wir gucken das später. Ich muss dich zwingen wieder. Ich muss wieder deine Augen so aufhalten. Wenn ihr euch diese drei nacheinander anguckt, also wirklich, ähm, die Invasion Nordafrikas, Unternehmens-Zitadelle und der Italien-Feldzug, wenn ihr euch die drei Sachen nacheinander anguckt, normalerweise sind ja diese Hitler-Dokus dafür gedacht, dass Deutsche sich schämen. Oh mein Gott, so etwas darf nie wieder passieren, das ist so schlimm. Ja, es ist wirklich so, Kreis des Bösen und so kriegst du direkt Gänsehaut, fängst an zu weinen. Exakt. Ruhst dein Nazi-Opa an. Exakt. Das war bei mir auch so, oh mein Gott, wie schlimm das war. Aber nach diesen dreien war ich so, shit, proud. Och, sowas kannst du auch nicht sagen. Hitler kommt in den dreien kein einziges Mal vor. Alles was du siehst ist, das war 300-mäßig. Diese halb Inder. Du kannst nicht. Inder kommt da drin auch vor, das habe ich auch nicht gewusst. Ey, Legende. Aber auf was warst du denn stolz? Folgendes. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Das ist so katastrophisch und wieder. Wartet mal, ich sage euch genau, warum ich so auf meine indische Brust geklopft habe, mit so Couscous. Habe ich so geklopft, ich habe mich gefragt, warum hören wir so wenig, warum habe ich noch nie von diesen dreien gehört? Ich habe mich gefragt, warum? Wir erfahren immer nur von Stalingrad, von Frankreich und so. Weil wir die gewonnen haben natürlich, nicht verloren, oder? Hier haben die sowas schon. Stalingrad haben ja auf die Fresse bekommen. Stalingrad haben wir auf die Fresse bekommen. Die zeigen nur die Exempel, wo die Nazis verloren haben. Wo die verloren haben. Aber man sieht nie. Doch, die Blitzkriege am Anfang, die werden schon thematisiert. Ja, aber es ist so. Da haben die Deutschen richtig aufgeräumt. Genau. Ich meine, allein das ist ein Wort, das hat sich auch in Amerika etabliert. Blitzkrieg. Etwas so schnell, zack, Blitzkrieg. Zack, zack, zack. Panzerschokolade gesnippt durch. Und diese drei, die Invasion Nordafrikas, da kommt Erwin Rommel vor, den kennt ihr jeder von uns. Da erfährst du nochmal richtig, was für ein King das war. Dann Unternehmen Zitadelle. Guck mal, ich sag dir, woher der Stolz kommt. Wir alle haben ja 300 geguckt. Ihr kennt den Film 300. 300 gegen 17 Milliarden Perser. Und die 300 klatschen die Perser trotzdem weg. Fuck these nuts. Bei diesem Nordafrika-Feldzug und bei diesem Italien-Feldzug sind die ja ungelogen. Nach dieser Doku war mir erst bewusst. Man stellt das ja immer so hin, als wäre Großbritannien alleine gegen Deutschland. Ne? Man hat das ja immer so dargestellt. Deutschland übernimmt Frankreich und jetzt ist England alleine gegen das übermächtige Deutschland. So stellt man das ja immer hin in unseren Dokus. Naja. Amerika hat sie ja noch... Amerika kommt erst später. Ja, ja, aber... Amerika kommt erst später. Am Anfang war ja nur Großbritannien und Frankreich erklärt Deutschland den Krieg nach Polen. Und dann, innerhalb von 14 Sekunden übernimmt Deutschland Frankreich und Amerika ist ja noch gar nicht im Game. Und dann ist ja erstmal nur Großbritannien und Deutschland alleine noch im Krieg, offiziell. Und dann sagt man ja immer, der Churchill alleine mit seiner Zigarre hat die Briten zum Sieg angeführt. Ne? So bekommen wir es ja gelehrt, bis dann drei Jahre später die Amerikaner und Russen eintreten. Aber bis dahin gab es es ja noch gar nicht. Und dann erfahre ich erst, dass diese Pissnelken von irgendeiner Seite... Machst den Arm nicht noch so. Und dann erfahre ich jetzt. Du kannst doch den Arm nicht noch so heben. Mit seinen großen Augen. Das ist ja der Parkinson im Endstadium, Alter. Guck mal, ey. Jetzt kann man so aufgehen, wirklich. Das war hart. Weil das war so voll der Erfolge. Komm, erzähl weiter, Alice Weidel. Voll. Das ist ja alles in Borderlands, wie er aussieht. Das ist ja alles in Borderlands, wie er aussieht. Wir müssen es wirklich angucken. Weil ich gebe dir nur die Doku wieder. Ist ja nichts von meiner eigenen Meinung gerade. Es ist nur Doku wiedergeben. Und dann erfahre ich erst... Doku wiedergeben mit aufgerissenen Augen und dem Arm in der Luft. Ich war schockiert. Also deine Freude ist schon von dir. Nein, das ist keine Freude. Das ist eher so ein Entsetzen, dass dieses... Das ist eine ganz objektive Wiedergabe von der Doku. Mach euch weiter. Weil, dass dieses Thema 75 Jahre her ist und es gibt immer wieder noch was Neues. Aber was willst du uns denn noch sagen? Was war denn... Okay. Wir bekommen gelehrt. Großbritannien war alleine im Kampf gegen Deutschland, weil Churchill sie zum Sieg geführt hat. Großbritannien noch lang genug durchgehalten, bis Deutschland in den Sowjetunion angreift. Du machst wieder den Ösi, vergisst das nicht. Ja, aber ich rede ja von dem Ösi. Jetzt passt er. Jetzt passt er. Komm. Jetzt ist er gut. Dann erfahre ich erst, dass Großbritannien zu diesem Zeitpunkt ja ein Weltreich war. Die haben aus komplett Australien, komplett Indien, komplett Kanada, komplett Südafrika sämtliche Männer eingezogen und neun Millionen Soldaten aus diesen Bereichen... Commonwealth of Nations. Commonwealth of Nations reingesnifft und dann noch gegen die Deutschen hingeballert. Als hättest du das zum ersten Mal gehört. Das hab ich noch nie gehört. Das wusste ich nicht. So und so früh. Zu dem Zeitpunkt, wo Frankreich... Ja, ich weiß, guck mal, ich weiß, was du meinst. Es wird, wenn du so Geschichtsbücher liest, wird das halt nicht explizit erwähnt. Aber es war halt damals so. Also es ist ja nicht so, dass es geheim ist. Dass alle sagen so, wussten wir nicht. Die waren halt damals einfach riesig. Die sind nicht mehr das Großbritannien, was die mal waren. Genau. Aber die hauen alles unter die britischen Streitkräfte. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und wir sagen ja nicht, dass die ja diese ganzen Völker da unterjocht haben und von dort einfach die Männer schminken. Ja, die machen ein britisches Etikett drauf und dann zeig sie ihnen Tiger. Genau. Dann ist keine Sklavereis und dann... Dann zeig sie ihnen Tiger. Das ist auch krass. Zeig sie ihnen so. Motombo. Zeig sie ihnen Tiger. Motombo vor allem. Motombo war niemals in Indien. Ja, komm mal. Er gibt sich aus Indien aus seit Jahren. Und das ist in Ordnung, ja. Motombo. Ne, die haben sogar aus Südafrika geholt. Stimmt. Südafrika war auch dabei. Da war dein Motombo. Da ist er. Er hat Urlaub in Mumbai. Norwegen und Asiate gefunden. Da war ein alter dabei. Einfach ein politisches Etikett drauf. Auf jeden Fall, dann habe ich es gesehen, als dann... Jetzt kommt dieser Stolz-Moment. Also eher so ein... Deutsche sollten sich schämen, aber dann checkst du erst. Italien war ja auch ein Verbündeter am Anfang, ne? Aber auf die konntest du kacken. Wie schwörst du? Die waren Legenden, diese Typen. Die waren richtige Legenden. Die aus Italien? Jaja, die haben so Burritos gegessen. Das war hardcore. Wann ist man in Italien Burritos? Die haben die Pizza so zusammengerollt. Burrito. Krieg war hart. Ey, die waren wirklich hartnutzlos. Die waren hartnutzlos. Ey, die waren wirklich hartnutzlos. Wie es so alles ineinander geworben wird. Motombo aus Indien. Burrito aus Italien. Das ist so eine Crack-Volke. Und Döfre. Und Döfre. Da ist es. Ey, du hast das Wort gelernt. Ich hatte Zeit. Ich hab die ganze Zeit so, okay, Alter. Dein Moment kommt wieder. Dein Moment kommt wieder. Du hast einen Knopf mit deinem Logopäden. Und Dövre, bist du bereit? Jetzt ist dein Moment. Oh, Dövre. Sag Oh, wie die Oh, die Waldfee. Und dann Dövre. Sehr gut. Oh, die Waldfee. Oh, wie Otto, meinetwegen. Aber Oh, wie Oh, die Waldfee, Alter. Sag mal das nicht. Oh, die Waldfee. Oh, die Waldfee. Oh, die Waldfee. Die Gestermine Waldfee. Oh, die Waldfee. Oh, die Waldfee. Integrationsbeauftragte, du bist gefeuert. Okay, du bist stolz quasi gegen wie viele, die sich ... Uh, jetzt geht's los. Genau. Neun Millionen haben die aus den ganzen Ländern da zusammen gesnifft und da in Nordafrika reingeballert. Und dann Italien hat so ihre italienischen, italienischen Streitkräfte dahin geballert. Das waren so 300.000 Mann. Aber jeder hatte Burrito. 300.000 Mann. Und die kamen nicht vorwärts, ne? Die Italiener haben hart gechillt, voll viele Sea Stars reingehauen, kamen nicht voran. Und die Briten waren zuerst so voll siegesmütig. Sehr gut. Die Italiener konnten wir weglatschen. Und die waren auch, denk dran, neun Millionen Mann da konzentriert in Nordafrika. Und dann schickt der Führer damals Erwin Rommel mit 30.000 Deutschen dahin. Nur 30.000 und Rommel obendrauf. Der Michael Jordan, der Generäle war, wirklich. Der ist ja der einzige, den du ja legit auch als Deutscher feiern kannst, ohne irgendwie schief angeguckt zu werden. Das heißt feiern, aber der ist halt später dann quasi desertiert sozusagen, ne? Du wirst auch schief angeguckt. Nein, weil er hat keine einzige menschenverachtende Straftat oder antisemitische Straftat. Trotzdem ist er schief angeguckt. Rommel ist hier aus Heidenheim, der ist hier aus Schwab quasi, ist aus Heidenheim. Und ich glaube sogar, dass irgendein Sohn von dem sogar noch Bürgermeister hier war. Und der Flughafen Stuttgart heißt sogar Gottlob Rommel nach irgendeinem Sohn von ihm. Plus die Briten und die Amerikaner haben ihn gefeiert. Was ist das denn so? Also jeder hat ihn gefeiert von allen Seiten. Und im Nürnberger Prozess wurde er benutzt, der Erwin Rommel, um diese Befehlskette, weil die Soldaten haben immer gesagt, wir mussten dem Führer gehorchen, sonst werden wir direkt getötet. Und Erwin Rommel war das Paradebeispiel dafür, dass man nicht gehorchen musste und trotzdem bist du nicht gestorben. Weil der Dings, Hitler hat teilweise gesagt, ey du musst alle Juden dort töten, hat er den Befehl einfach zerrissen. Ah ok. Komplett krasser Typ. Er hat einfach zerrissen. Der Manfred Rommel. Was? Manfred Rommel. Nach dem ist der Flughafen Stuttgart benannt. Also der Flughafen Stuttgart heißt wirklich Manfred Rommel Flughafen. Er war Bürgermeister von Stuttgart und ist der Sohn von Erwin Rommel. Und Erwin Rommel ist der einzige von diesen, die du aus Kreis des Bösen kennst, von diesen A-Lister Nazis, der quasi nicht gehatet wird heutzutage. Weiße Weste. Weiße Weste. Und mit 30.000 Soldaten unter Erwin Rommel haben die es geschafft, 9 Millionen Avengers aus der ganzen Welt wegzuklatschen. Das ist schon hart. Und erst Erwin Rommel hat nur deswegen abgelost, weil weitere 20 Millionen aus den USA noch dahin geschifft wurden mit sämtlichen Waffen. Aber wir haben die 30k mit 9 Millionen weggeklatscht. Deswegen nannte man ihn ja den Wüstenfuchs. Weil er mit 30.000 und das so geschickt und effektiv genutzt hat, weil die Wüste ja ein braches Land ist. Für jeden war das ein Albtraum, außer Erwin Rommel. Der hat gesagt, das ist göstlich, weil dann bringt unsere 30.000, das sind ja effektiv, auch 9 Millionen, weil die 9 Millionen sind da konzentriert. Aber wir können uns aufteilen von allen Seiten. Dadurch, dass die Wüste ja so ein Riesengebiet ist, können wir das genauso mit unseren schnellen Panzern nutzen. Und der hat fast komplett Nordafrika eingenommen mit nur 30.000. Aber was haben die mit den 9 Millionen gemacht? Umgebracht? Also die Hälfte wurde, wie gesagt, nicht ordnungsgemäß entzoggt. Und die anderen gingen in Kriegsgefangenschaft, wovon jeder zurückkam. Kein einziger wurde getötet während der Kriegsgefangenschaft. Die haben mit 30.000 Leuten 4,5 Millionen gefangen. 4,5 Millionen. Jetzt stelle ich mir logistisch schon unmöglich vor. Naja, guck doch. Ich muss diese Doku zuerst mal sehen. Bitte hier. Guck. Das war so. Guck doch mal. Hier so. Guck. Zeig mir irgendwelche Kiwis, um mir 9 Millionen Kriegsgefangene zu erklären. Guck. 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 Hier sind die Leute. Das ist Erwin Rommel, 30.000. Wo kriegen diese 9 Millionen ihren ganzen Shit her? Von hier, von den Häfen. Nur so können diese 9 Millionen versorgt werden. Wenn du aber Erwin Rommel bist und teilst deine 30.000, 15.000 hier, weil du ja in der Wüste bist. Du kannst hier unendlich oft einen Schlenker nehmen, weil hier gibt es ja keine Stadt oder so. Die sind alle hier. Dann ist er hier hingegangen, alles abgeschnitten. Hier alles abgeschnitten. Das heißt, die haben hier keinen Nachschub bekommen. Dann hat er mit den 15.000 hier angegriffen, nur bombardiert. Die hatten keinen Nachschub mehr, mussten sie hier geben. Sehr simpel. Erwin Rommel, der Wüstenfuchs. Deswegen machst du immer diese ganzen Sprüche. Rommel in der Wüste, Rommel im Gebüsch. Jetzt habe ich das gecheckt. Durch diese Doku. Aber warum machst du diese Sprüche? Machst du trotzdem die ganze Zeit schon? Grandio. Guck dir wirklich diese drei Folgen an. Es ist wirklich, ich finde es so faszinierend, dass man immer wieder es noch schafft. Ich wollte gerade sagen, ich habe alles über Hitler schon gehört. Habe ich auch gedacht. Da habe ich die Doku geguckt. Deswegen habe ich die richtig langsam, nur Folge pro Folge, das rein sniffen. Weil ich will nichts verpassen. Plus du musst halt überlegen. Ich will nichts verpassen. Ja, plus. Das Ding ist vorbei, du hast alles verpasst. Das Ding ist, dass wenn du mal checkst, was Hitler alles organisieren musste. So ist ja klar, dass er irgendwann Koks nehmen musste. Rommel dahin zu schicken in die Wüste. Den nach Russland. Den nach Griechenland. Musste alles er selber machen. Er hatte ja keine Delegierten. Er musste alles selber machen. Die gehen hin. Welcher von den Generälen muss dahin? Dann muss der Hitler da sitzen. Okay, das ist die Wüste. Da brauche ich einen, der improvisieren kann. Da brauche ich einen, der outside the box denken kann, weil das noch nie Krieg in der Wüste war. Das weißt du, ne? Dann zack, Rommel. Weil Rommel, du warst auch in Frankreich, warst flexibel. Du gehst da hin. Und dann geht er nach Russland. Der sagt, okay, Russland, das wird sehr kritisch. Da brauche ich einen, der nur stille Post spielt. Dem ich alles sage, der nicht eigenmäßig denken kann. General Paulus. Ja, Frankreich, da brauche ich... General Paulus. Ja, ja, wirklich, so hieß der. Aber dass Hitler das alles durchdenken musste. Weil wir sehen ja immer nur als... Mit hier so... Das ist alles, was wir kennen. Aber dank dieser Doku... Das ist einfach super schwer so. Das so zu feiern. Das ist einfach was so. Wir sitzen hier und das ist so... Wir feiern das nicht. Wir werden einfach ihn jetzt nicht warten. Nein, ich habe nicht gesagt, dass wir das feiern. Aber einer von uns drei, und ich sage keine Namen, feiert das einfach ein bisschen zu heftig. Guck mal, seit 17 Millionen Folgen habe ich nicht mehr diese Thematik aufgegriffen. Nein, ich gönne dir das. Aber ich habe es jetzt erst gesehen. Guck mal, es ist ja eigentlich auch ein super spannendes Thema. Und das Ding ist ja auch, der hat ja Großartiges vollbracht. Schreckliches. Aber Großartiges hat er vollbracht. Das ist großartig. Das ist, glaube ich, ein Zitat von Albus Dumbledore über Lord Voldemort. Genau. Aber das war... Und das Zitat haben die genommen, das haben die mal über Hitler gesagt. Ach krass. Ja, ja. Und das ist großartig. Also, wenn du überlegst, was... Deutschland war auf dem Nullpunkt. Ja. Und in der kurzen Zeit hat er eine Weltmacht gemacht, wo jeder Schiss hatte. Natürlich ist das krass. Aber er ist halt auch über x Leichen darüber gegangen. Ja. Und ich frage mich oft, was ich mir auf die Frage stelle. Warum? Wenn der nicht so irre gewesen wäre, ja? Der hat ja auch... Der hat ja diese ganzen Streitmächte, wo... Bevor er was gemacht hat, hatten ja schon alle Schiss. Weißt du was ich meine? Das ist alles gut. Warum hat der da nicht einfach aufgehört? Das wäre krass gewesen. Einfach nur als Verteidigungsmacht quasi, ja. Guck mal, du kennst das doch. Leute, die Arenen spielen. Dann hörst du ja nicht auf mit Arenen. Du denkst dann, okay, lass mich zwei Arenen spielen. Drei... Dieses... Dann vergaß doch keine Juden wenigstens. Ja, aber der Hund... Ach so! Das meinst du! Nein, 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 nein! Das hab ich schon so gemeint, weißt du? Ich dachte, du meinst kein Militär. Das hab ich auch gemeint, weißt du? Ja, aber guck mal, das Problem ist halt, dass da eine Truppe von 20 Leuten... Also, ich weiß, was du meinst, wenn man politischer Stratege ist, aber du musst ja sehen, wo die NSDAP herkam. Das waren ja Leute, die quasi irgendwelche Gescheiterten, weißt du? Der Hitler-Hitler-Gescheiterte Maler, dann der Goebbels-Gescheiterte Outdoor, der dachte, die Juden nehmen eben die Jobs weg als Outdoor und die Arrangements irgendwo. Und das waren alles Leute, die sich quasi... Hier, dieser Goebbels, der war 1,20m groß gefühlt, weißt du? Das war ein kleiner Napoleon-Plexcon-Typ, der hat noch einen größeren Judenhass gehabt als Hitler. Weißt du, dann kommt dieser... Hä, das waren ja alles Typen, die alle mit sich selbst unzufrieden waren. Und dann haben die plötzlich diese Macht... Ah stimmt, der hat jetzt auch Kreis des Bösen geguckt, was du vor einem Jahr geguckt hast. Ich merke gerade nicht so, wo kommt das auf einmal her? Wo kommen die Namen aus, weil ich so gedroppt habe? Nee, die Namen gar nicht vorher alle, aber ich habe tatsächlich jetzt gerade Kreis des Bösen geguckt. Und bei Kreis des Bösen kriegst du nochmal perfekt, finde ich, erklärt, warum... Also deswegen, das beantwortet alles, das sind einfach... Nee, mir ist schon klar, warum. Die wollten ja Krieg. Also die ganze Politik basiert ja darauf, dass sie irgendwann Krieg haben wollen. Nee, auch diese Ideologie, die dahinter steckt. Die wollten Leute vernünftigen. Ja, klar, alles war nur mit Krieg. Aber ich denke einfach so, guck mal, wo Deutschland sein könnte. Wenn der einfach gesagt hat, so bei Olympia, wo die Olympia ausgetragen haben, weißt du? Wo die das alles schön gemacht haben, die Penner versteckt haben, ja? Die Juden durften wieder Sachen machen. Da so, okay, wir sind jetzt so, wie wir sind. Du wärst heute eine ganz andere Macht. Aber es hat in der Politik ja auch noch so. Guck dir mal den Politiker an. Wo ist nur das? Hitler wär auch fucking... Ne Legende. Größte ever. Mensch ever. Ja. Krass. Wenn er aufgehört hätte... Wenn er nach Sudetenland aufgehört hätte. Nicht Polen. Vor Polen aufhören. Genau, auch vor Polen. Polen war too much. Weil er hatte nicht auch Dings zurückbekommen, aber aus Prinzip einfach hier, ähm, bei Frankreich, äh, Elsass? Ja, Elsass hat er bekommen. Das hat er doch einfach so bekommen. Elsass hatte bekommen. Österreich hatte bekommen. Genau. Saarland. Da hörst du auf. Da hörst du auf. Ey, dann sagen alle, boah, Hitler ist ja krass. Nein, aber selbst da muss ich relativieren und widersprechen, weil er hat ja trotzdem diese Ideologien, ist mal unabhängig davon, ob er Juden vergaßt hätte oder nicht. Aber diese ganzen rechten Ideologien, die die ja hatten, wären trotzdem immer noch scheiße. Aber das wüsstest du ja nicht. Das wüsst du echt? Das meine ich, weißt du das... Weil du so erzogen worden wärst. Stell dir vor, Hitler hätte gewonnen. Ne, Hitler hätte gewonnen. Wir wüssten nichts über die Juden, dass die vergaßt wurden. Das meine ich damit. Hätte da aufgehört, ja? Ey, die Geschichte wäre ganz anders geschrieben worden. Rausgekommen, ich bitte euch. Und selbst selbst... Ja, aber, weißt du, rausgekommen, du kennst das doch. Rieses rausgekommen. Ja, weißt du so, ja, Leute, okay, Krieg ist hart, alle machen Fehler. Wo gubbelt wird, fallen Späne. Genau, so wärs rausgekommen. Aber ich hab ein Riesenproblem damit, solche Sachen zu relativieren irgendwie. Dann relativierst du doch nicht. Aber das... Aber ich geh jetzt mal Spaß an. Ich rede nicht euch bei. Kannst du ein bisschen deine braunen Uniformen drunter ausziehen, bitte? Ich hab noch so ein... Nein, nein, ich relativiere das nicht. Ich sage, was passiert wäre, wenn... Guck mal, es gibt doch diese Szenarien. Was wäre, wenn eben Deutschland gewonnen hätte? Ey. Erstmal wäre das für uns so, ja, erstmal hätten wir alle uns eingetreten worden. Ja, Juden waren halt die Bösen. Einfach die Geschichte wäre ganz anders. Du wärst heute Deutschland wieder eine andere Weltmacht. Und eben Hitler wär, selbst im weltweiten Geschehen, eine Legende. Die Leute sagen, ja klar, das war so ein Kriegsheld und so. Die Geschichte wird von den Gewinnen geschrieben. Sonst wäre das alles nicht so rausgekommen. Richtig güstlich gesagt. Aber was ist da mit Achilles? Was ist mit Achilles? Er hat doch verloren wegen der Ferse. Und was ich geil fand, jetzt erst? Bruder, was war das jetzt erst? Ich hab noch irgendeinem Held gesucht. Ich hab noch irgendeinem Held gesucht. Ich hab noch irgendeinem Held gesucht. Und warum Achilles? Der war Achilles. Du meinst, dass die Geschichte wird von den Gewinnern gespricht. Der war ganz klar kein Gewinner. Und jetzt erst zum ersten... Doch klar, die haben gewonnen. Achilles? Ja, der ist einfach gestorben. Aber er hat gewonnen. Zählt das dann? Man stirbt dabei. Ey, dann ist es noch krasser. Achso, weil er hat mehr Türen. Dann ist es noch krasser. Ja, dann ist es noch krasser. Wenn du stirbst, wenn du das tust. Aber guck mal, das Ding ist, weil wir eben bei NSDAP-Kreis das Bösen waren, ist ja heute immer noch so, dass voll viele Politiker, wenn du die siehst, du siehst den schon und weißt, ja, der wurde als Kind auch gemobbt. Weißt du? Und aus irgendeinem Komplex geht der in die Politik. Weil das sind ja oft voll die Leute, auch so Abgeordnete von verschiedenen Parteien in ihrem eigenen Heimatwahlkreis. Alle, die die persönlich kennen, sag doch einfach Lauterbach. Ne, ich rede nicht von dem. Hey, komm nicht wieder mit Lauterbach. Hey, guck mal. Nein, das regt mich bei Vitamin X so auf. Jeder, die diesen Podcast hört, weiß es, wir roosten alles. Wie oft mache ich ab, die Witze. Wir roosten jeden, ja? Ich rooste zum ersten Mal ein bisschen Lauterbach, ja? Ey, ich finde, der hat ja sogar Ahnung, was er sagt. Aber ich rooste den. Die Leute schreiben mir so, wie kannst du Lauterbach roosten? Ich denke, ey... Aber Lauterbach hat gerade der Hero von euch. Aber wir roosten alles hier. Wir machen doch nur Witze. Aber wir haben die Stimme hier draußen. Wenn jetzt hier jemand schreibt, ich darf den nicht roosten, ja? Dann wird Sully machen. Aber was war denn die Begründung, warum die nicht roosten dürfen? Was war die Begründung? Ne, ich hab wirklich so zwei, drei Nachhine gekriegt. So, äh, warum roostest du Lauterbach und so? Da hat voll die Ahnung. Ich denke mir so, ja, aber wir roosten doch alles. Ginge, und ich hab die Ahnung so, dass wir den nervig fanden, glaub ich, ne? Penetrant, darum ging's, ne? Ja, und einfach wir, das ist ja kein Chris mal. Und Omikron ist ne harte Story, Alter. Die hab ich gehört bei dem, bei dem Dreh, wo wir am Wochenende waren. Da war so eine Frau aus Südafrika, war dort, ne? Hat sich den Dreh organisiert und hat dann so, das war so ein geiler Moment, wenn du so woke Motherfucker siehst, die so über Rassismus und so reden, aber dann ist eine Betroffene da, die alle ihre Fresse halten. Oh, war das befriedigend. Das war so, ja, wir finden nicht, dass das Gentle, das ist voll rassistisch, wenn er Dreadlocks macht. Da hat so eine von diesen, wir haben da gesessen, es war so ein großer Tisch, da war so eine South African Beauty Queen, ich hab sie geliebt, wir waren so zusammen so African Brothers. Und dann, ähm... Da sind plötzlich viele Afrikaner, ne? Auf jeden Fall haben wir uns so frisch, frisch, göstlich. Und dann sagt eine, worüber wir mal geredet haben, mit diesem Justin Bieber, weißt du noch, Cultural Appropriation, mit den Dings? Und dann sagt eine, komplett zusammenhangslos, äh, ja, ich find das auch nicht gut, dass sie Rass das haben, weil das ist ja Cultural Appropriation, den Afrikanern gegenüber, mal leben, leben, und dann auf einmal sagt diese Südafrikanerin, what the hell are you talking about, man? This is not racism, we don't care about this. Und wie sie dann so zusammengezuckt ist, weil du weißt, dass sie normalerweise nur diese Scheiße redet in ihrem Twitter-Gebubble, wo dann andere von ihrer Rattengleichen ihr Zuspruch holen und sie dann darin so schwimmt und sie noch nie Interaktion hatte. Ja, das Problem ist, wir können halt nicht sagen, ey, was laberst du? Wir können das ja nicht, ja? Ach, ich konnte, ich konnte, ich hab richtig hier Aberkatz gegeben. Ne, Moment dazu, ja. Und du bist ja auch so ein Dings, man kann ja gar nicht einschätzen, wo du herkommst. Rambo. Rambo! Aber stell dir vor, da kommt ich, white your Dings, ja? Der weiße Typ, der du dir vorstellen kannst, ist so, ey Leute, Raster ist doch nicht schlimm, jeder kann ein Rasters haben. Bam! Nie wieder auf der Comedy-Bühne. Sie hat dann richtig geputscht, ne? Und dann auf einmal kam die nächste, der nächste Wendepunkt, kam dann, ich hab sie so geliebt. Dann sagt irgendeine andere, sie hat's auch nicht so richtig mitbekommen, ich musste ja immer übersetzen, weil sie konnte ja nicht so gut Deutsch. Dann sagt sie, ja, wir haben jetzt diese ganzen Mutanten aus Afrika, weil die sich ja nicht impfen lassen. Irgend so einen, da von unten, so zum Apakatsch geben, so richtig schön saftig von unten, zack, fatality. Dann sagt sie, von der Seite. Dann hat sie gesagt, ey, can you translate this? Und ich so, she said, hab ich so gezeigt, mit so einem Laserpointer, hier so drei Laserpointer draufgeknallt. Ich so, she said, because Africans don't get vaccinated, that's where we get all the mutations, like Omicron. sie direkt aufgestanden. Tell that to my face. What did you just say? Und dann, äh, wiederholt sie das. Ja, Omicron, komm doch aus Südafrika. Und dann hat sie ausgepackt, weil ihr Vater arbeitet in diesem Virologiezentrum, im südafrikanischen RKI, und hat dann gesagt, woher Omicron wirklich kommt. Dass Omicron eigentlich, dass diese ganzen Mutationen aus Südafrika wieder nach Europa kommend, dass das nicht von den Afrikanern ausgeht. Weil Afrikaner haben im Durchschnitt nicht so viel Geld, dass sie immer nach Afrika, dass sie nach Europa reisen können. Plus die Visa-Bestimmungen sind ja viel schwieriger. Du kannst ja nicht als Afrikaner einfach Urlaub in Europa machen. Du weißt ja, du brauchst ja Visum, das, das. Das geht gar nicht. Das heißt, die, die eigentlich diese Viren zum Mutieren und hin und her transportieren bringen, sind ja Europäer, die ja dahin reisen für Werbespots. Hab ich auch nicht gewusst, dass in Kapstadt Nummer eins für Werbespots ist. Ja doch. Du kennst es ja, die reisen immer dahin, die ganzen Models machen da so Selfies, lassen die so ein bisschen mutieren und kommen dann wieder zurück. Und dann haben die Europäer getestet in Südafrika und haben dann gesagt, hey, wegen dieser europäischen Probe haben wir gemerkt, dass der Virus mutiert. Er wird endemisch. Endemisch heißt, dieses Omikron ist jetzt die finale Stufe. Also man hofft, dass es die finale Stufe ist. Genau, weil das ist auch etwas, was man immer weglässt. Es gibt so einen geilen Chart. Südafrikanerin, ich muss ihre Hand küssen. Wenn man Viren einordnet, dann gibt es ja einen Graphen. Hier ist die Tödlichkeit und hier ist die Ansteckungs-, Ansteckbarkeit. Desto ansteckender ein Virus wird, desto untödlicher wird er. Das sind zum Beispiel Ebola und so, die direkt beim Blut eindringen. Das sind wie so Navy Seals. Und die, die über Luft gehen, sind dann meistens weniger tödlich, als die, die direkt ins Blut rein müssen, wie Tollwut und sowas. Und wenn ein Virus ansteckender wird, wird er automatisch in dieser Skala von der Tödlichkeit sinkt er ab. Dieses Alpha Corona war noch in der Lunge und dieses Omikron ist fast nur noch hier so im Rachenbereich eher. Fast schon Erkältungsniveau. Und das haben die Südafrikaner gesagt und wollten das der Weltwissenschaft zur Verfügung stellen. Haben dann gesagt, hey, we gotta analyze this. This is a new version. Omikron. Just so you know. Und was macht die Welt da draus? Ah, das Südafrikaner-Virus. Wir müssen erstmal einreisen aus Südafrika stoppen und sämtliche Marketing... Ja, aber das ist auch richtig so. Guck mal, das ist immer so gefährlich, wenn du so drüber redest. Guck mal. Ja, die mussten das erstmal genau analysieren und weil die wussten, es kommt sowieso. Weil Dorsten sagt ja genau das. Das, was du gerade sagst, genau im Podcast mit Dorsten, das kommt sowieso rüber. Du kannst eine Pandemie nicht stoppen, ja. Aber, als das aufkam, haben die jetzt mal gesagt, wow, wow, wow. Erst mal gucken, wie das drauf ist. Und jetzt ist es... Guck mal, es ist ja... Ich glaube gerade seit ein paar Tagen hat es jetzt die Dominanz in Deutschland. Ist jetzt schon die Dominanzeste, ja. Überall, in den USA, alles. Ja, ja, das ist schon länger. Bei uns jetzt auch zum ersten Mal Delta überholt, ja. Das war eh klar. Aber das war schon richtig, dass die am Anfang einfach mal sagen, hey, wir gucken erstmal. Und du, auch wenn es so ist, dass es in der Regel so ist, dass ein Virus mit der Zeit weniger schlimm wird, es könnte auch eine Variante kommen, die wieder ätzender ist. Das weißt du nie. Und deswegen ist es richtig, dass erstmal die Regierung sagt, okay, wir gucken erstmal und dann lassen wir die rein. Die Südafrikaner hat die so gepuncht, diesen Hippie, das war so göslich. Die Südafrikanerin ist hingegangen und diesen Hippie so gepuncht. Das ist immer diese Figuren, die du erfindest, weißt du? Nein, das war richtig. Du hast sie sogar gesehen, die war sogar mit dem Call. Ja, ich weiß, wer das ist. Die war legendär, ich hab das geliebt, das so zu sehen, immer in den Nippel mit Vaseline eingerieben, weil das ist so ein Krieg, den du nicht führen kannst. Sie kann das so richtig batschisch verteilen. Aber ich weiß, das meinte, das ist ja mit allen Themen so. So richtig klein beigegeben, die so, ah, es tut mir leid, Schätzchen. Aber es ist ja bei fast allen Themen so, dass die Minderheiten das gar nicht so krass juckt, wie diese Bubble, ne? Nein! Ich meine, die Aussage von der Anderen ist ja auch dumm, dass die Afrikaner schuld ist. Ich meine, dass ein Virus mutiert und gerade, dass wir das nach Afrika gebracht haben, ist ja klar. Und dass das in Afrika mutiert, mit so vielen Menschen aus dem Raum. Aber auch zurückgebracht, also hin und zurück, weil das Ding ist... Ja klar, also wie du gesagt hast, wie viele Afrikaner, die wirklich alle haben, können sich das leisten. Und in der Pandemie kommt das irgendwann zurück. Ich meine, deswegen meine ich ja, das ist ja dieses Dumbassige, ist wie so ein Ozean, wo du in einem Bereich so bestimmte Algen züchtest und dann sagst, so das sind jetzt reinrassige Algen, die nur für den Fischen hier... Bro! Haben wir Globalisierung? Ja eben genau. Oder haben wir keine Globalisierung? Das bringt nichts, wenn du hier 3G plus 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 machst und drüben wird drauf geschießen, dann vermischt sich das Dreh. Das hat mich so fasziniert, als ich bis zur Frau ihre Hände geküsst und Daumen gesagt, das war wirklich faszinierend. Aber um es auf den Punkt zu bringen, weil ich finde es wirklich interessant, wenn wir ja eben Glück haben, könnte das wirklich jetzt dann so langsam... Das Ende sein. Aber so langsam, weißt du? Aber die sagen ja jetzt, dass bis Ende März jeder zweite Europäer mindestens, vielleicht sogar noch mehr, Omikron kriegen wird. Und deswegen auch ein anderes interessantes Thema, weil guck mal, ich finde Impfung gut, aber ich bin total gegen die Impfpflicht. Und gegen Booster-Pflicht, Alter. Ja, weil irgendwann ist auch so, jetzt hast du dieses Omrikon, das überall rumgeht, ja. Und es ist weniger gefährlich, und irgendwann hat es jeder, ja. Wie wirst du rechtfertigen, dass du sagst, es muss eine Impfpflicht geben? Wenn sowieso jeder Omikron kriegt, meinst du? Ja klar, weil das wird passieren. Also das wird eh rumgehen. Die Impfung sorgt dafür, dass es keine schweren Verläufe gibt. Ja, aber Omikron hat ja... Aber gibt es Omikron ja eh nicht. Ist ja, also so wie es jetzt nach den Studien in Afrika aussieht, ist schweren Verläufe fast nicht gegeben. Und wenn überhaupt, ab 60. Wir haben so eine Statistik gezeigt, 1860 ist halt... Aber ab 60 ist alles ein schwerer Verlauf. Wenn du stolperst, ist es ein schwerer Verlauf. Ja, nicht gerade so krass. Weißt du, ich meine... Also ich sage nur so... Wir reden bei einer Impfpflicht. Das ist ein schwerer Verlauf. Weißt du, guck mal, mich bockt das nicht, wenn ich sage, ich habe kein Problem mit Impfen. Ich gehe mich impfen, ja. Aber dass du sagst, wir müssen eine Impfpflicht machen, ja. Erstmal allein, wie willst du es durchsetzen? Für die Alpha-Variante übrigens, nicht für die Omikron-Variante. Das kommt noch dazu. Wie willst du einfach gesetzlich sagen, weil es ist ja immer ein Punkt von, wie nötig ist das? Weißt du, wie gegeben ist das? Wenn das wirklich so ist, ey, es ist krass, Leute sterben und so und danach bist du geschützt. Erstmal ist auch das Problem. Du weißt jetzt auch noch, bei Omikron kommt noch dazu, der Impfschutz ist nicht so gut. Also er hält nicht so gut, wie für die anderen Varianten. Ja Leute, dann sage ich einfach, allein wissenschaftlich und auch gesetzlich gesehen, ja, du kannst eine Impfpflicht nicht durchbringen. Und logisch. Ja, logisch. Guck mal, logisch. Wir müssen in dieser Pandemie gar nicht reden, ja. Ich finde es am geilsten, dass diese Biontech-Frau jetzt in den Nachrichten sitzt und ihre Empfehlungen aussprechen darf. Guck mal, wäre das die Matrix? Wir müssten alle schon längst die rote Pille schlucken. Wir denken uns, was ist das für eine Sinnlosigkeit? Seit wann darf die Firma, die daran überhaupt was verdient, was sie überhaupt dazu sagen? Das geht ja nicht. Du brauchst immer einen Dritten. Deswegen gibt's ja Lauterbach. Weil er ist ja objektiv. Ich sag mal, das ist sicher nicht so klug, aber die hat schon Ahnung, die Frau. Ja, aber dass die da sitzt und sagt, ja, wisst ihr noch, die zwei vorher, die sind da tun, die Scheiße. Wir brauchen eine Dritte, um gegen Omikron geschützt zu sein. Warte mal, die ist doch gar nicht wie Omikron ausgelegt. Wer hat gesagt, dass du fragen darfst? Ja, gut. Du machst immer gleich, nein, nein, nein. Was die sagt, ist ja nicht verkehrt. Für den Kurs auf Rackenfall. Aber ich würde auch nicht sagen, wenn ich nicht in der Regierung wäre, ach komm, mach du das. Es gibt Vertrauen. Es hat auf jeden Fall so ein Geschmäckle, das wie wenn so ein Waffenlobby ist, Kriegsempfehlungen ausspricht. Weißt du? Oh mein, die Leute, das Ding ist ja so, ey, die Leute haben doch schon lange kein Vertrauen mehr. Das ist ja Masken-Skandal, was auch immer. Und dann wirst du die noch zwingen, sich impfen zu lassen. Und wenn das nur, ich hab immer gehört, das sind irgendwie so 20% oder so, die sich nicht impfen lassen wollen oder so. Ja, aber Leute, die kriegst du doch nicht, bei den jungen Leuten, in unserem Alter ist so knapp 30% nicht geimpft, ne? Plus wir alle werden jetzt so ungeimpft innerhalb von neun Monaten. Ja, das ist gekommen zu. Du bist aber dieses... Das ist ja permanent. Genau, das ist auch mein nächstes Argument, das sollte sich hier so abgeben, weil... Aber weiter. Genau, es ist ja nicht für immer. Das heißt, die Impfpflicht würde ja immer wieder kommen, wie lange. Also wie lange sagst du jetzt, okay, die nächsten 10 Jahre ist Impfpflicht. Ich finde einfach, das geht juristisch gesehen. Ich glaube nicht, dass die Impfpflicht kommt. Ich glaube, die werden das nicht durchkriegen. Auch wenn die jetzt immer drüber reden, ich glaube, es gibt einfach zu wenig Sinn, dass sie das durchkriegen wollen. Und du merkst auch langsam... weil es halt so oft ist, ne? Wenn es jetzt was anderes ist, bei Masern, wo du weißt, einmal am Leben... Aber wie willst du eine Impfpflicht durchbringen, wo du sagst, alle drei Monate. Und das einzige, was... Guck mal, bei mir ist so, ich bin doppelt geimpft, ja? So. Und ich müsste jetzt, weil die zweite ist über drei Monate her. Seid ihr noch nicht geboostert, die zwei kleinen Schwingen? Meine zweite Impfung ist gerade erst drei Monate her. Aber halt schon genau über drei Monate. Drei Monate ein paar Tage. Das heißt, ich muss jetzt jeden Tag, um die Gastronomie zu gehen, einen Test machen, solange ich nicht geboostert bin, weil man nach drei Monaten quasi dann als... Ja, halt nur als zwei doppelt geimpft gilt. So. Aber gleichzeitig empfehlen alle Ärzte und lauter machen, wie die alle heißen. Ja, am besten ist es, man wartet wegen der natürlichen Immunantwort des Körpers sechs Monate. Das heißt, ich bin jetzt in so einem Loch gefangen zwischen, man soll sich erst nach sechs Monaten boostern lassen und nach drei Monaten muss ich jeden Tag einen Test machen und mache jetzt jeden Tag einen Test, weil ich auf die Ärzte höre, die alle sagen, warten Sie noch, weil die haben ja eine natürliche Immunreaktion. Bloß ich hatte ja zweimal Corona schon im Vorfeld. Ich hatte vorletztes Jahr Corona, also 20 und 21 nochmal und bin dann doppelt geimpft. Das heißt, ich bin doppelt genesen, doppelt geimpft und muss jetzt jeden Tag einen Test machen, weil ich nicht geboostert bin. Wahrscheinlich lasse ich mich boostern, auch wenn Ärzte sagen, warten Sie ein halbes Jahr, nur damit ich den Stress nicht mehr habe. Und das ist halt der Druck, der dann auch auf Leute ausgeübt wird, die eigentlich bereit sind, sich impfen zu lassen. Weißt du, wenn der Impfstoff volle Legende wäre, man impft sich einmal, hat nie wieder Corona. Ey, ich würde, jeden Morgen würde ich mich impfen. Ja und dann, ganz ehrlich, dann würde ich auch sagen, jeden Morgen. Dann kannst du über eine Impfpflicht diskutieren, aber so finde ich einfach rechtlich gesehen, wird das superschwer. Und ich bin auch gespannt, ob die das wirklich dann durchziehen. Diskutieren die Wirklichkeit darüber? Wenn du zuhörst, das finde ich vor einem Monat so, war das noch ganz anders und jetzt merkt es langsam so, das ist wieder so, ja, vielleicht doch nicht. Weil Omerikon hat halt viel verändert. Omerikon hat alles verändert. Guck mal, die Südafrikaner haben das entdeckt, mit dem Partyhut gleichzeitig aufgesetzt. Die waren so, oh my goodness, the end is near. Und was sagen wir? Die haben auch alle, alle, alle... Nein, das sagen wir nicht. Tatsächlich jetzt mittlerweile, die viel darüber wissen. Nein. Hör dir diese Podcasts an, hör dir das ganze Ding an. Auch Lauterbach redet drüber. Die sagen, wenn wir Glück haben, ist es eben das Ende, diese endemisch. Das kommt nicht von ungefähr. Das sagt ja auch Lauterbach. Nice. Und das ist so, das ist ja nicht so, Leute, wir müssen nicht immer so tun, das hätten die alle gar keine Ahnung. Guck mal, die wollen... Ja, ich rede auch nur in die Richtung. Achso, okay. Die Autopäde wären schlecht bei dir. Ja, aber die... Die wollen auch aus der Scheiße raus, ja? Aber das ist eben das Problem. Sicher, dass du aus der Scheiße raus willst? Was soll Lottobach dann machen, Alter? Ja, gut, er vielleicht Einzige, nicht? Nein, Quatsch. Na, guck mal, die Regierung, als ob die das haben will. Aber die Wahrheit ist halt, die haben auch keine Ahnung. Aber, wenn die, wenn es wirklich so ist, dass wir da in eine endemische Lage kommen, ey, Merkel noch in ihrem, da irgendwo in ihrem Häuschen, im Wald sagt, oh, zum Glück. Finally, wieder Tests. Also, come on, weißt du, ich hasse das, wenn wir immer so tun, als wäre das, guck mal, jemand, der Plandemie und so sagt, da werde ich schon sauer. Leute, niemand hat Bock auf die Scheiße. Plandemie? Das ist voll der Begriff. Plandemie? Ja. Ich schwöre auf mein Leben, ich hab gedacht, du hast dich wieder versprochen. Wolltest du so Plandemie sagen oder was? Was heißt das denn Plandemie? Ja, Plandemie, ja, Plan. Ah, Plandemie hat er gesagt. Wie eine Plan? Plandemie oder was? Ja, Plandemie, wie ich es gesagt habe. Aber was bedeutet das? Ja, weil, von Plan, aber deswegen sagen sie nicht Pandemie sein, sondern Plandemie. Das war so ein, so ein Wort aus der Rechnecke. Ja, total. Guck mal, irgendwo Spiegelartikel, irgendwo im Internet, ey, jeder dritte kommt da, ja, diese Plandemie und so, weil es geplant ist. Achso, die meint, dass das von vornherein geplant ist. Ja, und deshalb, wie ich so komme, dann denke ich auch so, Leute, wir sitzen alle in der Scheiße, aber ich versuche einfach, guck mal, du kannst fürs Impfen sein, aber trotzdem gegen die Impfpflicht sein. Also ich bin immer so einer, nimm einfach die Fakten, die du hast und guck da drüber. Und deswegen auch, dass Omicron eigentlich ein Segen sein könnte, dass ich immer so eine, wird auch in der deutschen Region schon lange gesagt. Nur, stell dir jetzt vor, weil deswegen, was die nicht immer ganz verstehen, Leute, die Regierung hat einen mega Druck, einfach auch, da sterben Leute. Stell dir vor, es werden wieder mehr Leute, die sterben. Guck mal, das ist der Hauptpunkt. Du, du bist einfach verantwortlich, irgendwann wird abgerechnet und dann wird geguckt, hey, guck mal, wie viele Leute sind gestorben. Klar sind die übervorsichtig. Das ist einfach so, weil du, was, klar, Wirtschaft in einen Eimer zu gehen, ist scheiße, aber schlussendlich bist du verantwortlich, wenn Leute sterben. Vor allem bei unserer Bevölkerungsdemokratie. Wir haben hier eine Urne, wir haben hier ganz viele alte CT. Ja, aber ist ja, aber du kannst ja, guck mal, klar, du kannst sagen, okay, die sind alt, aber sind halt, äh, ja, sind auch ein Leben, das du zu beantworten hast. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Das ist wirklich wundervoll. SCHÖRG wundervoll. Vielen Dank.